Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Das ist so krägiges Format, deswegen mag ich schmied der Schwein, nur den ganzen Mördich brauchst du. Wenn ich keine Trauer schmiede. Oh! Ganz ehrlich, ich kauf mir irgendwann auch einfach nur drei Workshops nochmal da, damit ich... Nein, dann muss ich mir nochmal vier kaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben! Ich muss irgendwas jetzt ablegen! Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Nein, das war nicht! Kannst du endlich! Aber nein, das war ein Fehler! So, zu geht's! Okay, ich kann mal einen... ...eine... ...ob du Kieler bist! Okay, beide eins zu eins! Ich tappe hier... ...das ist... ...und... ...angriff für vier! Ja, ähm... Go! Was? Jawoll! So! Noch ne Wüste! Go! Boah! Oh! 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 Der hat einen Schaden oder irgendetwas. Er kann den Schaden und die Marke entfernen und den Sperr mit einem Schaden suchen. Und dann geht's doch. Ich hab den letzten Mal gesehen, als er jemanden Lego-Sperre aufgelegt. Das macht sicher. Ist das okay oder cool? Ja, labbel Modus. William hat glaube ich auch so. Ja, während meiner Versorgungsphase kann ich wohl schnappen. Das ist genau. Ah, Dolaria. 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 Wir laufen das ab. Das ist die Einschätzung. Mal sehen, was was wir tun. Wir haben einen Top-Drum-Tool. Wir haben einen Top-Drum-Tool. Können wir weiter jederzeit machen? Der gute Engel. Der kann das jetzt auch frisch sagen. Können wir das mit allen angreifen? Ja. Das kann jetzt so sein. Genau, genau. Kommt da was mit Schuss bei Chirin spielen. Du kannst die jetzt genau benutzen wie Effektorien. Okay. Der zählt jetzt auch als Land? Das zählt als Verzauberung und als Land? Nee. Verzauberung ist das nicht mehr. Sobald das Spiel kommt, dann lassen wir die 1 zu 1 kommen. Okay. Deswegen ist das sofort ein Live, was halt die ganzen Abilities hat. Aber letztes? Gut. Ja. Ja. Und dann wirst du natürlich den rausnehmen. Ja, so den. Ja, so den. Ja, so den. Ziemal. Die Karten ist auf der Hand. Ich mach nichts. Und dann wirst du natürlich einen zurücknehmen. Und dann gibst du nochmal anderen. Ja. Ja, klar. Wir sind nicht so überzeugt. Ich finde es egal. Okay. Jetzt haben wir die Heroes. Zwei, drei. Mach ich doch mal. Also hier scharf. Der ist weg. Da haben wir den Punkt rausgehauen. Ja, ich spür. 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 naturell. Gern gar nicht? Ja, warawin. Banner! Bitte auch... Ja ... ...as ich spür. Oh, ich fühle schon. Also, tatsächlich. auf der Finale. Na, wenn du so inICE hast. Nee. Das war schade. Es macht halt einfach richtig Action. Ich bin noch irgendwann möglich. Du hast 5 Karten noch, was du gesagt hast. Dann spiele ich eine Balance. Auch 5 Karten. Die Birds gehen weg. Dann muss ich einen Line auch fahren. Zwei. Zwei Sonnen. Dann kommt noch ein Land auf meiner Seite. Besonders so gut sitzt das. Wenn du mal 2 Karten hast, kommt ihr halt. Das ist toll. Mega geil. Ja, vorher waren wir tatsächlich. Das ist 10.8, alles gut. 3 Farblose für Artefaktbestände. Boah, Sonnenkanal. Die Maschine? Die Maschine? Das ist halt einfach ein Lungsformat. Die Maschine. Könntest du? Ja, du bist ein Pass-Effekt. Der geht nur auf deine Fertur, oder? Da könntest du auch eine Fertur von mir einladen. Oh Gott, Alter. Dann zieh. Also, sag mal so. Ich könnte, wenn ich jetzt irgendein Artefaktbestände hätte. Und auch reagieren. City? Könnt ihr noch darauf reagieren? Haben wir das erklärt? Was? 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 Das ist wirklich so schlecht. Du bist so. Drei Karten? Ja. Drei Karten? Ja. Ja, ich würde tatsächlich. Das ist ja spannend. Hast du noch? Hast du noch? Hast du noch? Das wissen wir sonst noch? Ja. Ah, ich bin die Teil. Okay. Ich möchte auch reagieren, natürlich. Noch? No Workshop? Ich möchte den Sprechhöl von Markelein von Moos. Sechs Mana. Und möchte sie den Löwen nutzen? Ja. Das ist nicht dumm. Keir Sark? Ich sag, sag, gehen Sie nochmal. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist trotzdem. Ja, das ist doch eine Überlegung. Du wirst dann wahrscheinlich den locken. Sonst könnte ich einschaden, mehr oder so. Das war noch zwei, drei. Da sind dann noch zwei. Oh! Oh! Nee, drei. Den Löwen hast du ja rausgezogen. Andererseits würde ich ihn machen. Sehr gut. Ja, ja. Aber ich erwarte immer noch keinen... Ich glaube, das müssen wir drei lange. Ja. Ante? Okay. Ich ziehe. Das ist gut. Ich würde gerne den Stone Rates. Oh! Stone Rates. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich eine Insel weghaufe. Ich gehe mal komplett mit der, aber es ist okay. Ein neuer Troll. Jawoll. Ja. Oh! Schönes Deck, aber muss ich sagen. Das war eine Klasse. Ich wollte Karten spielen, die am Morgen sind und nicht so. Aktivierig. Kaufen. Zwei Resolve? Nee. Okay. Mal ist farblos. Vorher würde ich ihn disenchanten machen. Okay. Geht das? Ja. Das geht. Ich glaube, das ist dann für mein Teil. Oh! Ich würde ihn gerne auch... Weil wenn ich es später machen würde, dann würde ja die Suche wieder reinkommen. Deshalb muss ich es sofort machen. Ich würde gerne... Das wäre jetzt... Das wäre jetzt mein... Aber ich kriege schon mal einen Schaden auf jeden Fall. Genau. Ich kriege jetzt die Kreaturen und die Kreatur kommt nicht mehr. So! Jo! Neun, oder? Okay. Ich kriege aber trotzdem noch die Damage. Oder kriege ich nur die Damage, wenn ich auch die verteilen will? Wir werden es. Ich weiß, was drin ist. Da kommt uns hin. Die Damage löst du dein... Das wäre jetzt auf alle Fälle. Weil die Kreatur wird nicht sein. Okay. Ich muss nur kurz... Ich muss nur kurz... Ich muss nur kurz... Du sagst doch selber, du wolltest zu der Eisbrüche gehen. Das ist jetzt ein schwieriger Regelfrage tatsächlich. rusty Gerät. Genau, das ist太sz tunnel. Mau employee. Mach Sona auch? Du kannst auch noch M ähnlich Cruz... Keine Ahnung, ich Zeit. pump duasteraastung! Na irgendwann... Du weißt doch nicht, was ich spiele fast zusammen. Wir wollen ja... Okay. Die ist Exiled-Ferboards. Es ist nur wenn es stirbt, nur wenn er ins Graveyard landet. Okay, gut, ja. Da es exiled ist, dann kriege ich keine Firma mit. Okay. Leid. Ähm, okay. Dann... ...dann... ...dann... ...dann ist du dran. Würdest du meinen Meister noch mitbringen? Okay. So, ziehen. Dann nehmen wir mal die Offensive. Rot-Rot. Ja. Äh, rot könnte ich auch. Ich könnte noch überhaupt nichts geben. Ich habe bloß... ...eine... ...atemelie. Ich will mitmachen. Schwarz. Drei Schaden. Zwei Schaden. Ich mache zwei Schaden. Ich selbst kriege drei Schaden. Okay. Dann müssen wir... ...dann ist alles auf den Kopf. Ja. Und wenn es der Waffe drauf ist. Sechzehn. Sechzehn. Äh... Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja, das sind alle so. Oh, genau. Halt! Zwei Mana. Oh, das war schwarz. Ich habe noch... Ja. Ja, ich habe noch einen Kult. Genau. Das ist einfach nur ein Duel, denn. Ich mache zuhause. Ja, wenn ich das irgendwie geschockt bin oder so. Nein, 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 nein. Das klappt aber es nicht. Das ist okay. Jetzt spielen wir jetzt mal. Ja. Ich habe doch keine... Nein, äh... Blau. Mono kann man spielen. Das hier? Ich habe einen Grund. Also blau Mono kann man spielen. Ja, das ist hier. Ja, ich habe einen Grund. Ja, ich habe einen Grund. Ähm, aber da merkst du, ich habe keine Ahnung. Ich habe einmal Mono. Ich habe einen Block. Das ist hier. Hier kommt die Art in Fakt. Ja, okay. Ach so, du kannst reagieren, ne? Das liegt auf dem Stech. Ja, ja, ne. Dann geht nicht. Okay, dann kommt das als Kopie. Ja, okay. Dann würde ich mit meinem Kompat gehen. Also ich kann das nicht benutzen. Ich kann keinen Schaden. Ja. Ja. Eins, drei, halte. Eins, drei, halte. Eins, drei, halte. Zwei. Das macht aber auch mal einen iRecord. Sei froh, du hast die erste Runde gemacht. Ja, ja. Dann kannst du machen, was du willst. Ja, ja. Ich bloppe. Viel zu kurz. Okay. Okay. Ach se, äh... Müsst du das zurücknehmen? Jetzt habe ich das zurücknehmen. Ja, okay. Ich schließe. Ach komm. Mit dem, ähm... Nee, das stimmt. Eins, vier, vier. Stimmt, du hast recht. Ich hab das recht. Du hast recht. Und dann hast du das Ende, oder? Pumst du trotzdem? Ja, dann auch vier. Ja, dann bin ich bei elf. Ja, voll. Dann müssen wir natürlich noch ankommen. Ja, danke, das ist... Das passiert. Alles enttappt. Ich ziehe. Alles enttappt. Ich ziehe. Ja, das musst du eigentlich machen. Bei den Marnern, die wir das Stück meinen... Ja, das wäre cool. Aber... Wird sie nicht so eingeschlagen. Das ist zweimal die Army gewesen. Ja, ja. Aber du hattest nur drei Marner. Und zweimal zu spielen, wäre halt geil gewesen. Ja, ich habe... Genau, die nehme ich... Aber dann kannst du ja einmal spielen. Ich wollte sie jetzt zum Punkt benutzen. Ja, das ist jetzt mal eine Runde. Okay. Das stimmt. Okay, so. Ja, ja, ja. Also... Spielst du mal? Ja. Prötlich. Alles gut wieder. Also, mein... 1, 2, 1. Wenn du den Deck46 máxim 1, 30 Euro, ca. 10-10 Buaaaaaréme Standard ist immer eingeschränkt. Ja, pass ich durch. Ich hab's gar nicht weitergeschaut. Ich hab gesehen, wie die Akteuer war. Okay. 3-0. Wie geht's? Keine Ahnung. Deswegen hebe ich immer lieber rein. Ich hab immer das Gefühl. Also, ich hab ja Akromus. Jetzt ist das passiert. Der Kinder sagt, den mach ich nicht. Wenn ich selber nicht mal abhebe, dann ist das mal raus. Das ist gut. Jetzt doch mit Akromus, oder? Wie geht der Wallstay? Oh, der Wallstay sind tatsächlich beide. Aber wenn keiner das weiß, weiß ich. Ah! Da wäre er noch schlechter. Deswegen... Wenn andere dann... Ich hab nicht der Wallstay. Ja, okay. Das ist ja Manipulation. Ja, stimmt. Weil du gehofft hättest, dass ich doch auch gegen... Könnte ja sein, ich hab Scheißen nach oben gemischt. Ja, ja. Aber... Aber hier nicht. Das geht natürlich. Ein, zwei Karten. Ja... Neben ihm... Power, ne? Ja. Ich will der Schaum machen. Du musst wieder sagen. Grün, den ich vorher sagen musste. Du fängst ja an. Du musst jetzt sagen, ob du helst. Also, interrupt ist ja wahrscheinlich... Ja. Okay, dann fang ich an, ja? Alles klar. Das ist ja die Wahrheit. Okay. Aber dann war ja deine Hand mehr. Ich kann irgendwas blocken. Ich könnte blocken, die Kreatur stirbt. Aber ich bin nicht vollen Schaden. Also noch bringt das nichts. Ich könnte die Kreaturen im Leben halten. Aber ich könnte es auch einfach durchlassen. Das wäre der gleiche Effekt. Das sind sechs zusammen. Ach, nee. Ich habe Bock. Du hast aber gute Chancen, weil ich wach immer absichtlich so, damit es nicht... Die Höhe hast du? Keine Ami, so 30 cm. Weil ich ziehe immer ein bisschen hoch. Dann bist du dran. Das ist das Spiel entscheidend. Ich bin nervös. Aber das ist Absicht. Weil dann bist du leistungsfähiger. Nee, ich finde das ist... Also den Chaos auch, so mit zwei Helden zu flippen... Irgendwie geht ja sinnvoll. Weißt du? Weil der Sinn ist doch, dass du eine Chance hast. Das ist nicht zulässig. Das ist ein Glücksspiel. Das ist ein Glücksspiel. Wie läuft der? Das ist ein Glücksspiel. 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 Deshalb habe ich diese dezente Unterlage. Du hast schon auf das Ziel gewonnen. Ja, wunderbar. Also du kannst nicht unter... Genau. Also ich kriege jetzt immer noch Schaden, aber unter 1 würde ich nicht... Unter 1 würde ich nicht... Nummer 1 ist er, ne? Machen wir nicht. Zwei Schaden. Guter Draw, ne? Ja, ja. Das war... Aber manchmal muss man auch Glück haben. Schade, dass die Artillerie nicht mehr liegt. Sonst würdet ihr jetzt feuern. Aus allen Rohren. Tu es. Das ist jetzt die Combo, ne? Also das heißt, wenn du Damage auf ihn geben würdest, könnte ich es immer auf mich nehmen. Und dann greift er... Ich hab den Text damit gesehen. Auf ihn. Der Soldier, ja. Das kann ich nicht vorher aktivieren. Das kann ich wahrscheinlich nur machen. Könnte ich das jetzt quasi einmal laden, noch diese Runde? Oder... Weiß ich auch nicht. Also... Müssen wir mal den aktuellen Text nehmen. Das ist besser. Ja. Das ist besser. Ja. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Ja. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Aber das ist besser. Das ist besser. Ja. Das ist besser. Wie geht's? Der kippt? Da brauche ich noch nichts machen. Momentan ist das natürlich so. Dann geht er weg. Dann... Dann... Lass ich durch, bringt mir das eins. Komm! So, jetzt. Fertig. Und auch zu Hause alleine. Der sagt... Das ist gut. Okay. Nach dem Schaden... Nach dem Schaden bekommen... Nach dem Schaden... Nach dem Schaden... Mach dir die ganze Zeit... Dann machen wir das nicht. Aber was ist vor dem... Sage of Madman. So ein... Art-Effekts-Opfer von mir... Dafür eine Karte ziehen. Ach so! Ich muss die nachher... Das nächste Woche. Vielleicht hat er irgendwie... Wack mich nicht. Nein, ich kann das! Nee, nee. Nee, ich hab ja auch immer... Ich hab ja auch immer... Ich hab ja auch immer... Ich hab keine Ahnung, was passiert. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Es geht darum, ob du den Feuer wegkommst... Oder nicht. Du kannst... Ich hab ja auch immer... Ich hab ja auch immer... Der neue Text ist geil. Du kannst die gar nicht vorher aktivieren. Nein, du kannst dann aktivieren. Das ist tatsächlich manchmal... Das ist tatsächlich... Man muss irgendwas abwerfen, leider. Okay, dann... Das ist schon mal... Ja, das ist meine... Dann würde ich den... Dann würde ich den... Dann würde ich den abschließen. Jetzt geht man jetzt defensiv... Geht man offensiv... Geht man... Wie... Ach... Die Strategie weiterfahren... Man, der ist schneller! Erster 2-9-4! Hast du irgendeine Kugel? Ja, ich habe eine Kugel. Hast du alle mit dem Englisch angegriffen? Nee, ich habe noch einen Kugel. Ach so, okay. Das war ein Verborgen, das müssen wir gehen. Sorry? Ja. Ja, das war's. Ja, das war's. Das kann ich. Das ist ziemlich gut. Ja, ja. Das ist Target. Das ist... Das ist aber keine Instant oder... Ja. Oder Intent. Ja, das ist gut. Hätte ich doch nehmen müssen. Der geht... Aber das... Ich schieße dich. Obwohl, ich kann dich ja auch nicht. Ich schieße dich anschauen. Ja. Also vorhin habe ich ein Armageddon nicht die Arme gemacht. Okay. Ja, gut. Das... Aber hätte es... Das hätte ein... Das hätte ein... Swords of Dolores sein können. Oder irgendein... Also irgendein... Irgendein Strich mal sterben. Ja. Also... Was wäre denn jetzt gekommen? Ja. Ja. Guck mal. Viermal Mainboard. Da sind... Ja, okay, gut. Magic. Ja, Magic. Ja, Magic. Aber krass. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Das hätte ich nicht so effektiviert. Aber doch. Hätte es gereicht? Ich weiß nicht, ob es gereicht ist. Ja. Aber gut, dann drauf. Da wäre ja nichts zu lesen. Das ist einfach alles weg. Hast du zerkackt? Ja. Wenn du eben nicht den ausgespielt hättest, hättest du einen Countdown für die Rang, dann hättest du noch gelegt. Ich habe vorhin nur drei Länder gehabt. Geile Karte, aber ich brauch noch... Ähm, go! Sicher, sicher, go! Also ja, Entschuldigung, au! Ja, Entschuldigung! Hast du da nicht drin? Einen hab ich da drin. Ich hab hier auf den Schildkröte gefahren. Wie gesagt, ich hab das Deck, die Schildkröte. Mehr oder weniger? Ja, ne, ich hab's eigentlich komplett geguckt. Ich hab's aber an der Anpassung. Ja. Ich hab die X-Point-Sticks. Das ist genau das. Oh! Da war eine Balance drin. Aber... Ja, dann geht's gut. Ja. 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 Ich hab die Schildkröte. Erstmal zwei oder eins. Ich brauch halt einmal... Ja, hör, dann machen wir das. Ja, hör, dann mach ich das. Ich hab auch gedacht, einmal gehen wir... Ich hab's noch mal Glück. Ja. Ja, das ist ja auch nicht reichen. Ja, delaktiv. Ja, das ist ja jetzt nicht reichen. Ich habe gedacht, für den Sintbar zieh ich so viele Karten in 4 Länder und wenn ich die dadurch ziehe, ist das zu schlecht. Ich hab ja auch schon mal überlegt, ich hab ja auch schon mal bei Xbox One 3 und dann kam das schon mal direkt auf meine Side-rayer-Signal. Aber ich hab ja auch mal gerne andere super tollen Länder drin, die auch mal hier sind. Also ich hab ja auch mal einen Wettbewerb. Ich hab ja auch mal einen Wettbewerb. Ich hab ja auch schon mal eine Frage. Ich hatte auch echt viel Manna. Ich hatte ja noch welche auf der Hand, ich habe die nicht gelegt, ich hatte noch zwei Länder auf der Hand. Du hast ziemlich stark geflaggt. Spielst du schwer? Ja, Balance habe ich auch lange gehadert, ob ich die dafür einsetzen soll, aber ich dachte mir, zwei Länder oder so wegnehmen oder drei oder wie viele es waren, dachte ich schon, das können wir mal machen. Ja, Balance ist immer stark. Es ist immer schwer abzuwinken. Spiel ich das jetzt? Spiel ich das später? Fängt jetzt der Gewinner an oder ist es jetzt abwechselnd? Fange ich jetzt an? Du darfst jetzt entscheiden. Okay, dann würde ich anfangen. Ja, komm, fangen wir mal jetzt an. Dann machen wir es angefasst ab. Können wir noch den Menschen fragen? Ich sagen ja immer dominance doch noch nur an Vort深. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7. Ja, ich würde Spaß da auch nicht geben. Zwei Euro für mich. Das glaube ich mir egal. Jeder lohnt sich mal. Sender Gurgel, weißt du? Der Gurgel auch nicht. Also wenn du möchtest, dann darf ich ein bisschen auch gleich sein. Aber das geht halt alles über das Geld. Ja, Alex hat es auch nicht. Lass dich auf jeden Fall draussen. Ja, ich bin gar nicht. Noch mal einen Patienten. Ach so. Oder was? Spannend. Wie soll ich sein? Nein, okay. Ja. Aber im nächsten Mal musst du noch einmal aktiviert werden. Ja. Okay, habe ich mir dann eingeladen. Aber es ist halt noch ein paar Fragen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Dann fang ich an. Ach so. Jetzt sehen wir die Anweisung. Die 9 Uhr. Und wir wohnen in Main. Und wohl. Ja, das ist doch das Spielteil. Ja, dabei. Ich bin jetzt schon. Und noch vertauschen, weil ich auch nicht. Ja. Also eigentlich ist das auch Sese. Ja, ich zeig dem Sese. Ja, ich bin jetzt schon. Wir haben es seit einem Jahr lang. Und das war schon. Ja, das war schon einmal. Da haben wir ja auch noch die Zeitdienst von vor. Ja, so mal ich. Ja, das war schon. Ja, wir haben ja noch ein Jahr. Das war schon einmal in März. Schwer halt so wahrscheinlich von der Fähigkeit. Das war ein Schwarzwald. Das war ein Fähigkeiten, was nach vorne. Also in der Vergleichswach, sorry, musst du gar nicht das einfach machen. Sehr stark, sehr stark. Das ist der erste Mal. Das war der erste Mal. Das war der erste Mal. Das war der erste Mal. Das ist auch schön. So, was sagst du? Ja, bist du? Dann darfst du wieder. Hallo! Denk auch mit! Und dazu habe ich halt noch, das Ding ist, ich sterbe nicht an einem Burnt-Cure. Und ich kann nicht an den Freien nur sterben, weil ich nicht mehr habe. Also ich muss noch eine Karte wegbeten, ne? Deswegen sag ich! Wer sagt, das ist doch nun mal! Ich frage mich einmal nach! Das ist alles, was ich gemacht habe. Ne, ich habe es komplett neu noch mal gebaut. Nur so als Tipp! Also, ich dachte... Scheiße! Es reicht mich dabei! Das war schon besser! Ali? Du bist okay! Wenn ich mich angreife... Eigentlich bin ich ja schlecht! Außer hier! Wie gesagt! Das war auch gar nicht so schlecht zu bekommen, sowas! Aber wenn der Rennpunkt da war... Und das sind Karten, die du auch nicht brauchst! Und Elephant-Rate! Erika! 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 GernensRy! Ich spiele auch einen Boxxy immer noch, weil ich mir den Doten immer noch nicht leisten wollte! Achso! Das war einfach zu schlecht! Oder, Vincent? Aber er macht einen Colorless-Warnung. Das darf du nicht vergessen? Äh... Greyfarl ist gut! Es gibt zu wenig... Vincent, das Problem ist, es gibt zu wenig Elefanten! Es gibt halt zwei Elefanten. Also wenn es einen Vierten geben würde, würde ich den sogar als geil geben. Mit Ice Age und Mirage, dann kannst du richtig gute Dressen machen. Also richtig gut, aber... Gerne. Und es gibt ja Vor-Ali-Vetten. Oder von den Vor-Ali-Vetten. Einmal 2-2 angelobt, dann wegen der andere Flampe. Okay. 3-3. Und das ist halt irgendwie leider... Du bist gleich an. Nicht so gar. Ich aktiviere die Funktion. Ja, ja, pass auf. Das ist ja jetzt noch nicht wirklich ein Thread auf deiner Seite. Kannst du das noch abgespielen? Noch nicht. Das stimmt. Dann bist du. Kaufe niemals! Kaufe niemals! Schlecht genug! Ja. Ich hab das gerade noch gesagt. Achso, nee. Nee, nee. Eigentlich bin ich sicher. Verdammt! Ja, okay. Du bist... Ja, ich kann nicht sein lassen. Ich hab mir Wissen gehabt. So, weil ich bin... Wie wünschst du denn noch? Auf 18? Einen Schaden. Einen Schaden, du machst dann auch einen Schaden. Halberstone! Ja. Ich geh auf 18, weil ich nicht angenehm habe. Dann bist du dann. Und deinem Zug? Ja. Gleich langsam keine Option mehr als... Blau. Genau. Scheißfarbe. Ich dachte, der kann noch nicht. Genau. Achso. Doch, doch. Doch, doch. Mach. Ja, ja. Im wahrsten Sinne zu. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist alles voll. Wie wieso denn? Ja, ich habe ein bisschen schlecht. Na, ich nicht richtig, oder? Ja, das war so. Es ist nicht regelmäßig, oder? Nein, das war so. Nee, das ist nicht regelmäßig. Ja, das machen wir wieder irgendwie anders. Ich wollte... Was ist das... Ich wollte... Für den Schreibt. Für den Schreibt? Ich wollte nur die... Die Gattik! Das ist nicht richtig, oder? Ja, zwei oder zwei oder zehn Jahre. Ich spiele ich eigentlich, nicht richtig, Environment. Dann und dann und dann. Und dann und dann... Ja, noch einen so mit. Und dann. Und dann. Und dann und dann. Aaahhh. Bester Film ever. Der ist angoß. 2. Wie schnell fließen die Kanale. Ne, das war ein Puppel-Strauss. Wie schnell läuft ein Puppel-Strauss? Bitte nicht. Ich bin direkt getappt, ne? Afrikant, halt. Dann kann ich... Was steht auf meinem Rücken? Sweet! Was steht auf meinem Rücken? Dude! Was steht auf meinem Rücken? Sweet! Was steht auf meinem Rücken? Dude! Was? Der eine geht auf dich rein. Wraas, Alter! Bam! Wie ja geil! Oh mein Gott! Zeig mir die Fresse! Den kann ich nicht leugnen, du! Schusskreis vor Blau? Keine Motivation für dich. Ja, ich kann jetzt hier sagen. Das darf er auch machen, okay. Das heißt, es kommt gerade ein bisschen. So, ist tut mir leid. Es geht weiter. Ja, so. So. Go. Man, man hört jetzt nicht mehr über die Nummer. Ja, was heißt das? Go. Wenn ich den enttopp, dann hat der auch angegriffen, ne? Ja. Das macht ja nichts mehr. Hm? Das ist ja auch der Trick mit dem Bremden. Nein, du denkst, das ist ja trotzdem. Also, der erste Trick. Ja, der erste Trick. Go. Ja, okay. Nur mehr? Weil du hast einen Taffel. So. Damit sagst du mir, los geht's. Aber er hat einen Press. Ja, ja. Das müssen wir dafür machen. Hier für mich. Oh, du sagst das. Oh, du sagst das? Oh, du sagst das? Oh, du sagst das. Ja. Du bist dran. Oh, schon. Ich muss grün tappen. Und go. Äh, ne, go. Ja. Dann kommen wir natürlich noch überherberg. Go. Ja. Und schwer. Oha. Und schwer. Nein. Das hält man. Wenn du willst, kannst du hier vorher noch mal. Ja. Dann auch erst null. So, stimmt. Kannst du hier wirklich Arsch-Damage machen. Oh. Oh. Ja, okay. 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 Danke, Junge. Go. Das ist ein Charme. Ja. Das ist ein Charme. Ja. Das ist ein Charme. Dann auch noch. City. Äh, City Ball. Ja. Ah, schön. Ja. 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 Dann würde ich eine... Ja, mach zurück. Ja. Ja. Ja, deswegen... ein grünen Schaden. Drei... Ja. Und einen farblosen Regrowth. Darauf schieße ich dir drei Schaden. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ich darf... Also, ich hatte... Also, ich hatte... Also, ich hatte... Also, ich hatte... Ich hatte... Ich hätte jetzt noch mal den Disenchant geholt. Aber hätte ja nichts genutzt. Ja! Wenn ich... Wenn ich die City nicht weggemacht hätte, hätte ich meine City of Ross nicht spielen können. Wäre ich nicht an grünen gefahren. Die ist zum Schützen von Ali. Hätte ich machen können. Aber dadurch, dass du das Trich draußen hattest... Also, das war deine... Also, ohne den... Das wäre der Aris, wäre er weg zu kriegen. Schönes Spiel. Ja, ja. Danke auch. So, jetzt einfach mal.